Und damit verabschieden wir uns für heute Abend von den Zusehen auf Dreisat. Danke für den Rest, einen schönen Abend noch aus Wien. Und hier in OF2 begibt sich jetzt Franz Schuh auf eine neue philosophische Entdeckungsreihe. Für Kreuz und Quer geht er diesmal dem Begriff Freiheit auf den Grund, was macht uns frei, wovon wollen wir frei sein und wo beginnt Freiheit und wo endet sie. Weil darüber jetzt gleich in Kreuz und Quer, die nächsten aktuellen Nachrichten gibt es dann in der ZIP24, heute exakt um Mitternacht in ORF1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, bis morgen.